Hallo und Willkommen zurück bei Kingdom Hearts Wo wir gegen diesen... Scheiß... Clayton... Kämpfe... Also gut Ich kann jetzt hier oben etwas machen Äh, vielleicht... Items benutzen... Oh... Äh... Die Potion... Äh... Donau Oh, der kleine Pässe ist schon wieder down Auf geht's Na, na, komm schon! Ja, na, na, na Ja, na, na Ja, na, na Ja, na, na Ja, na Das ist doch gut Ich will mehr an die Wäsche Ernsthaft Und Donald ist wieder Nein! Okay, jetzt war der schlechteste Start ever, aber was ist das? Was ist das? Okay, oh! Ich war gerade sehr knapp Und tap! Und tap! Nein! Oh... Fuck! Okay, oh... Komm schon, komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Den Scheiß aus dem Leib! Okay, und tschüss! Komm schon! Er nimmt die Potion Ich bin gut Mich heilt es vollkommen, während Donald gerade mal die Hälfte am Leben heilt. Donald! Ah gut. Feuer! Wiedersehen. Komm schon! Geschafft! Und jetzt fällt nur noch dieser Schlappschwanz hier. Komm schon! Oh! Mega-Potion! Ich dachte schon, ich müsste meine Strategie ein bisschen. Okay, der Typ da nervt mich. Wie viele Pushen uns im Zug kann der schleppen. Komm schon... Ah! Geschafft! Das war's! Aber wo ist Jane? Kraft der Heilung erhalten! Magie Vita erlernt! . . . . . . . Ah! Okay, aber zuerst einmal, Moment, wir haben, Moment, Abilities, Analyse, HP des Gegners erscheinen, uh, das muss ich, Donald, Kufi, Kufi Rakete, aha, Tatsan, Tatsan hat ein paar Sachen, aber er ist nicht aufgestiegen, gut, dann hatten wir Ausrüstung, nein, hier hatten wir nichts Neues, hier auch nicht, gut, nein, der Ritterschild ist noch das gleiche und der Zauberstab ist auch noch das gleiche, Abwehrmagie, Special Magie, Magie, Hm, Vita, ich glaube, das ist gut, geringe Erheilung der HP, gut, behalten wir, finde ich eigentlich sehr gut, aber ich dachte, vielleicht falsch gedacht, gut, weiter geht's, Wasserfall, oder haben wir draußen, Moment, 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 äh, ich dachte, hier geht's, es klebt nie, gut, wir haben alles gesehen, was gesehen werden, sehen musste, sehr, oder, so weiter, oh, Schutzgummi, warum kommt mir da gewisse andere Schutzgummis in den Sinn, vielleicht weil ich ein bisschen älter bin, Egal, äh, ja, was haben die hier sonst, nichts, gut, so, das ist der einzige Weg, wo man gehen kann, und es scheint, äh, keiner, so, Oh, oh, oh! Ah! Vitril Vielleicht weiß ich, ist das ein Herz Aber was für eine Oh, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht erwartet Ich dachte, hier geht es rein, aber Nein 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 Oh Okay, ich bin hier Ja, wenn wir denn... Oh! Auf Good Club bin ich einfach mal gesprungen und... ...Gott sei Dank... ...richtig gelandet. Ah, da ist Jane. Die Wasserfälle. Man hört das Rauschen bis hier. Da, Freunde. Sehen, Freunde. Ah, jetzt verstehe ich. Bedeutet Herz. Freunde in unseren Herzen. Herz. Ach, das bedeutet es. Freunde. Gleiches Herz. Clayton. Herz verloren. Kein Herz. Keine Freunde sehen. Kein Herz. Keine Freunde. Tut mir leid, was ich gesagt habe. Tut mir leid. Ja, alle für einen. Teil. Ich habe ihn. Neu. Behört aber sicher nicht dem König. Da hat wohl jemand eine neue Verehrerin. Na, wie Gummi erhalten. Gummini. Jetzt ist es ein Gummini. Was zog die Herzlosen in diese Welt? Der Jäger hatte sie dorthin gelockt. Seine unstillbare Gier nach Macht war der Köder. Aber es scheint, dass sein Appetit zu groß wurde. Ja, daran hat er sich verschluckt. Ein weichherziger Idiot wie er hatte keine Chance gegen die Herzlosen. Aber der Junge ist ein Problem. Er hat eins der Schlüssellöcher gefunden. Keine Angst, er wird ewig brauchen, um die Übrigen zu finden. Abgesehen davon hat er nicht die leiseste Ahnung von unserem Kleinen. Genau, die Prinzessin. Sie fallen uns in die Hände, eine nach der anderen. Oh, kaum redet man davon. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also nicht weit weg. Sora, Tarzan, Freunde. Das Schlüssellschwert bezieht seine Kraft aus den Anhängern. Jeder Anhänger verleiht dem Schwert neue Kräfte. Die Anhänger werden unter dem Menü Option Ausrüstung angebracht. Oh, ho, 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 ho. Oter Trioter erlernt. Aber wir seien gerade... Schaut mal dieses Gummistein, der aus dem Loch fiel. Er sieht merkwürdig aus. Für was der wohl gut ist? Hm. Vielleicht kann uns Leon weiterhelfen. Ich denke, hey. Wir sollten zurück nach Taversen und ihn fragen. Die Stimmen sind scheiße. Ach, ich... Aber ich bin Steuermann. Nein, lass den Steuerknüppel los. Hey, ich habe das Schlüssellschwert. Ich bin auserwählt worden. Aber nicht zum Piloten. Hm. Okay. Kann man da überhaupt? Ja, kann man. Wunderland? Schlüssel. Äh, tiefer Dschungel? Schlüssel. Arena des Olympos? Kein Schlüssel. Okay, gut. Ernsthaft? Ich muss tatsächlich... Ich kann nicht direkt... hinreißen. Ich muss zuerst ein... Ach... Ja, von mir aus. Äh... Dann... Nehmen wir das hier. Und von da aus dann weiter... Oh! 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 Was ist das? Was ist das? Alles gut. Okay, sind wir endlich angekommen. Dann... Kein Nacht so zu sein. Kein Nacht so zu sein. Na gut. Oh! Oh! Die sind sogar... Ah! Auf mich! Was sind denn das für Säcken? Oh, der kleine Bastard Und wie lange geht der Flug noch? Ähm Gut Sind wir endlich da? Ja! Halleluja! Gut Weltkarte Das ist scheisse gemacht Wenn man nicht direkt eine Verbindung machen kann Gut Also irgendwie Ja Was hätte man so viel sparen können? Oder wenigstens abkürzen Oh So Denn von einer Welt in die andere zu kommen ist manchmal Also Ja gerade Oh Gleich Auf Gut 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 Sind wir jetzt? Ja Gott sei Dank Ich will in dieser Folge noch mit Leo reden Gut 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 Hat sie noch etwas zu sagen? Ja Das ist das eine Beile dauern, bis man alle Ecken und Gassen dieser Stadt... ja, das kennen wir schon. Bevor ich es vergesse, Ausrüstung. Königs-Anhänger. Hohoho, besitzt eine lange Angriffsweite, führt allerdings nur selten Volltreff aus. Okay, haben wir hier sonst noch etwas? Protektor, Protektor, Protektor. Protektor, Protektor. Protektor, Protektor. Gehen wir hier rein und reden mit ihm, ansprechen. Ich will einkaufen, ich will etwas kaufen, in Ordnung, Test, Feuer, Eis, Fleisch, ah es war nicht er, gut, in Ordnung, kommt mal wieder, was ist das grüne Zeichen? Gut, wir müssen also erst das grüne Zeichen finden, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass da noch ein rotes ist. Okay, reden wir mit, ist das Trick, ist das Truck oder? Ich will etwas kaufen, in Ordnung, was ist das denn? Hm, gründlich praktisch gut, die dient er mit dem Offensivkampf, wo es schützt eher für die Abwehr gedacht, schützt vor diversen Angriffen. Gehen wir mit dem Kampf, der eine hohe Durchschlagskraft, Maximum an P, minus 1 oder plus 1? Sternen, 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 oder? Ruhe und Ruhe, gut. Was solls? Gut, sonst, vergiss es, gut. Okay, Ausrüstung. Also wir haben den Retterschild, Oaklet, Dreckschild, Eingriffskraft, bleibt gleich. Ja, nehmen wir das hier und Donald, also der Zauberstab, den Sternenstab, den Kampfstab. Äh, gerne eignet sich für den Kampf, besitzt ein Hund-Durchschlagskraft, Maximum an P, sinkt um 1. Das ist leider das Problem, das ich da sehe. Dann Sternenstab. Hm, gut. So, wo geht's hier lang, wenn wir hier die Triomagie benutzen? Ähm. Oho. Oho. Ich weiß, wo wir sind. Okay. Und gibt es sonst noch irgendwo hier in der Nähe irgendetwas rum? Warte. Eine Postkarte. Eine Postkarte, genau. Denn es hieß ja, mit dem Schlüssel schwer kann ich alles öffnen. Oho. 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 Ah. Oben links sieht man jetzt die Hardt Allah des Gegners. Fuck these sh... Oh! Oh! Ja, 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 ist klar, ist klar. Ich muss ja aussuchen, wenn ich keine Idee bin. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich denke, bei seinem Rücken ist er verwundbar. Und hoch. Oh! Wow! Oh! 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 Weg ist er! So! Oh! Dann gehen wir hier hinten. Und genau da waren wir vorhin. Noch nicht. Ah, diese kleine Flinge. Okay. Gut. Haben wir... Ja, haben wir alles. Okay, gut. Gut. Auch das hätten wir erledigt. Ah. Und ich glaube, da im Wasser war es rot. Triotechnik. Und hier trainiert Leon des Öfteren. Ah, ja. Gut. Aber der Gespräch mit ihm suchen wir erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschau!